Für Sie, der Weg, macht Gott von hier mit anderen Stadien frei. Wir sind in Gedanken immer bei dir, wie wird das anders sein. Begleitet wird sie unser Tor, umschlimmend all den Bein. Ein Tag vorbei, du sollst heute siegen. Ein Tag vorbei, weil wir dich alle lieben. Schießt noch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, gib diese schönen Stadt am Heil. Ein Tag aus Frankfurt, du schaust es wieder, Deutscher Meister zu sein. 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das ist die Mannschaftsaufstellung unserer Eintracht. Mit der Nummer 22 im Tor, Ralf. Mit der Nummer 2, Patrin. Mit der Nummer 4, Mike. Unsere Nummer 7, Benjamin. Mit der Nummer 14, Alex. Unsere Nummer 20, Sebastian. Mit der Nummer 21, Theophanis. Mit der Nummer 23, Marco. Unsere Nummer 24, Sebastian. Mit der Nummer 27, Firmin. Unsere Nummer 31, Geragius. Auf der Wagen mit der Nummer 26, Ersatz-Torhüter, Andreas. Mit der Nummer 10, Ali. Mit der Nummer 13, Ricardo Clark. Mit der Nummer 17, Martin Feni. Mit der Nummer 18, Yannis Abhanatidis. Mit der Nummer 19, Kevin Kraus. Und mit der Nummer 25, Marcel Heller. Unser Trainer heißt Michael. Und damit wünschen die Eintracht und HR3 ein erfolgreiches Spiel. Damit heute endlich der Knoten platzt. Liebe Fans aus Lautern, bitte unterlasst sofort das Abrennen der Technik. Sofort eure Pyrotechnik. Wir gefährden euch. Ihr gefährdet andere Fans und Sicherheitsfolge. Und es kann entwickliche Strafen nach sich ziehen. Die Linkse bitte löscht sofort eure Pyrotechnik. Danke. Danke.